Er kam aus Münsingen, war Vizekanzler und Finanzminister und er gilt als einer der Wegbereiter der Demokratie in Deutschland. Der Politiker Matthias Erzberger. Als jüngster Abgeordneter seiner Zeit begann er im Deutschen Kaiserreich als Mitglied der Zentrumspartei. Nach dem Ersten Weltkrieg 1918 unterzeichnete er das hochumstrittene Waffenstillstandsabkommen von Compiègne, Basis für den Versailler Vertrag und wurde zu einem der wichtigsten politischen Köpfe der Weimarer Republik. 1921 wurde er von rechtsterroristischen Attentätern erschossen. In seinem Geburtshaus in Münsingen-Buttenhausen findet sich ein Ort der Erinnerung für den getöteten Politiker. Hier in der Buttenhäusener Mühlsteige wird der Politiker 1875 geboren. Erzberger wächst in einfachen Verhältnissen auf. Als junger Mann studiert er Lehramt, arbeitet dann aber nur ein Jahr als Lehrer und schreibt anschließend als Politikjournalist für eine Stuttgarter Zeitung. Er war kein einfacher Mensch. Er war auch nicht bereit, andere Meinungen, wenn er sie für nicht akzeptabel hielt, zu tolerieren. Sondern er hat sehr stark auf seinen eigenen Ansichten bestanden und die auch immer wieder lautstark vorgetragen. Über die Arbeit als politischer Berichterstatter bekommt er Zugang zur Politik. Und nicht nur das. 1903 wird er mit nur 28 Jahren ein Teil von ihr. Erzberger hatte... Als Abgeordneter eine sehr wichtige Funktion in der Zentrumspartei. Er war immerhin einer der führenden Männer in dieser Partei, obwohl er der jüngste Abgeordnete in Deutschland war. Und war dann auch nach dem Ersten Weltkrieg in den ersten Weimarer Kabinetten als Minister und einmal sogar als Vizekanzler vertreten. Nach dem Ersten Weltkrieg 1918 erlebte die Politik eine deutliche Wandlung. Als Mitglied des Kabinetts unter dem letzten Thronfolger des Großherzogstums Baden, Maximilian von Baden, Maximilian von Baden, unterzeichnete Erzberg den Waffenstillstand von Kompinia. Damit und mit dem darauf aufbauenden, in Deutschland verhassten Versailler Vertrag wurde der Erste Weltkrieg endgültig beendet. 1919 trat anstelle der Monarchie die Weimarer Republik und Erzberger wurde unter Reichsministerpräsident Philipp Scheidemann zum Verfechter der Demokratie. Es gab viele Gegner, gerade im monarchistischen und im nationalistischen Lager und diese Republik war auch, sagen wir mal, ungeliebt bei vielen Menschen. Und deshalb gab es natürlich gegen die, die diese Republik vertreten haben, unter anderem eben auch Erzberger, gab es Widerstand und Hass. Karl Helferich, hier rechts im Bild neben Erzberger, war seit der Kaiserzeit der größte Feind des Politikers. Und bald schon sammelten sich noch weitere Gegner um ihn. Aber auch die Leute im nationalistischen Lager, die mit dem Waffenstillstand von Kompinia nicht einverstanden waren. Erzberger als jüngster Abgeordneter geht nach Frankreich und schließt diesen Waffenstillstand ab, unter Bedingungen, die natürlich sehr hart waren und die dann im Frieden von Versailles auch nochmal wiederholt wurden. Als Finanzminister erwirkte Erzberger 1919 bis 1920 eine reichsweite Vereinheitlichung der Finanzgesetzgebung. Auch dies brachte ihm weitere Gegner ein, besonders in fortan stärker besteuerten, wohlhabenden Kreisen. Das Interessante ist, dass Erzberger immer wieder gesagt hat, bei allen Feinden, die ihn angegriffen haben, man will gar nicht mich treffen, sondern man will die Republik treffen. Er hat also dahinter immer nur gesehen diesen Kampf gegen Weimar, der natürlich unglaublich intensiv war. Diesem Kampf fällt Matthias Erzberger 1921 zum Opfer. Bei einem gemeinsamen Spaziergang werden er und der Abgeordnete Karl Dietz von zwei Attentätern der antirepublikanischen Geheimorganisation Konsul überrascht. Sie schossen auf beide Erzberger, wurde mit mehreren Kugeln wohl auf der Stelle tödlich verletzt und rollte den Hang hinab und blieb dort liegen. Karl Dietz wurde zwar auch verletzt, konnte aber sich in den Ort schleppen und dort Hilfe herbeiholen. Die Täter, Heinrich Schulz und Heinrich Tillissen, flüchteten. Im späteren nationalsozialistischen Deutschland wurden die Rückkehrer als Nationalhelden verehrt. In jedem der Räume in Erzbergers Geburtshaus finden sich heute die wichtigsten Stationen und Andenken an ihn. Ein kleines Denkmal für den Politiker an seinem Heimatort.